Willkommen zurück zu Splatoon 2. Am heutigen Tag werden wir den Schwapperspiel kaufen. Nein, mein Geld. Ich habe irgendwann die Sorge, dass uns das Geld ausgehen wird. Wenn wir in jedem Part eine andere Waffe testen, dann gehen uns doch irgendwann das Geld aus. Okay, nun geht's los. Wir sind im Team Blau. So sieht er. Okay. Okay. Ich mach mal zum wie in den richtigen Klicks. Okay, dann gehen wir mal runter. Gucken, wie sich die Waffe in unser anstellt. Und bis jetzt eigentlich noch ganz in Ordnung. Wobei die Waffe, ja das Splatling war tatsächlich leichter vom Gewicht her. Von Gewicht her wird sie schwerer, also mit der Schwapp aber. Vom Spielerischen, was mir so auffällt, ist hier niemand. Doch, alle vier. Ist tatsächlich jemand. Okay, komm her. Komm mal her. Komm mal her. Und färbeln. Was habt ihr davon? Wow. Habs ihr gekillt, drei Kills. Aber der, der G&K-Typ, der lasst mich nicht ran, sich ran. Ja, wir fühlen eindeutig, eindeutig, um Squidbergerchen in letzter Zeit so oft, eindeutig, aber okay. Aber es ist jetzt egal, wenn ich das tue, wenn ich das tue, dann tue ich es und ob's, dann Squidberger ich jetzt ne Runde für euch, ich komm hier nicht hoch, ich komm tatsächlich hier nicht hoch, kann ich von hinten überraschen, kann ich tatsächlich. Ist hier ein Gegner, ich nehme mal dich vor. Okay, der Floh. Aber irgendwie... Ach komm, hunderttausendmal gegen die Mauer. Hunderttausendmal gegen die Mauer. Hunderttausendmal gegen die Mauer. Okay. Gar nicht mal so schlecht. Und der beste in der Lobby war natürlich der Floh mit 19 Punkten. Ja, das war der beste. So ist mein Orange. Und... Wieso muss ich da gehen, Floh? Du warst doch so ein geiler Typ. Du hast vielleicht so gemacht... Und dann hast du nichts mehr gemacht. Wie kann man denn 19 Punkte machen? Ich meine, allein in Inspiration 1, wie ich da meine erste Runde gespielt hab, hab ich da 200 Punkte gemacht. Unglaublich 200. Ja, 200 Punkte. Da hab ich 200 Punkte gemacht. Also stellt euch nicht so an, dass das viel wär für ein Anfang. Und da hatte ich noch gar keine Ahnung von Splatoon. Da dachte ich mir so... Hält. Also... Wie viele Punkte die man... Ah, wie viele Punkte da manche machen. Und wie viele Punkte die einfach haben... Aber jetzt... Denk ich mir nur so... Wie zum Teufel... Machst du... 19 Punkte? Das weiß man ja auch nicht. Ich würd's nicht sagen, 19 Punkte ist weniger, aber... Warte... Wir merken uns jetzt... Ich hab... 425 Punkte. Und mach mit einem 10. Also... Wo... Sind da 19 Punkte... Wenig? Ich mein... Wo sind da 19 Punkte viel? So gehört's richtig. Kann mir das mal einer sagen? Wo sind da 19 Punkte viel? Nirgends. Das ist auch einfach wenig. Ich hab die Bomben noch gar nicht benutzt. Ich sollt die Bomben öfter benutzen. Und... Wo... Hab ich denn runtergeflogen? Ha! Habt ihr den Kürzeren gezogen, ihr beiden? Oder... Oder... Ja... Aber... Ja... Warum sterbe ich eigentlich immer so kurz? Ich hab mir den Kürzeren gezogen... Das... Wie... Ja... Warum sterbe ich eigentlich immer so kurz? Das ist vom Ende... Nein... 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 Haben wir oder haben wir nicht? Haben wir oder haben wir nicht gewonnen? Müssten wir eigentlich... Ja... Obwohl's knapp war... Aber hey... Fragt ja dann nachher keiner mehr... Deswegen... Uns fehlen noch Punkte... Uns fehlen noch sogar ein paar Matches... Deswegen machen wir gleich noch ein Match... Das kann doch nicht wahr sein... Das kann doch nicht wahr sein... Warum denn schon wieder... So ein Typ... Ah... Er färbt wieder... Ok... Alles gut... Ok... Ok... So... Ok... So... Und wir haben wieder genug Kinder... Und wir haben wieder genug Kinder... Ok... Dann nehmen wir halt nur zwei mit... Dieses Mal... Aber immerhin... Aber immerhin... Wir gehen hier hinunter... Wir müssen... Die haben schon lange gegangen sein... Die führen auch... So... 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 ja okay okay komm schon du ja Das hab ich jetzt... davon. Und den sind alle da und noch, oder wie? Bis auf einer. Tatsächlich. Oh, den kleinen Knirps, da krieg ich noch. Und du... Den Kiel nimm ich mir mit, du Bann. Naja... Immerhin etwas. Ich spring jetzt nicht in den Tuch. Den Kiel hab ich sogar noch gerissen. Alter. Den Kiel hab ich bekommen. Und... Ah, aber wir haben verloren. Schade, schade. Okay. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder mal. Splatoon 2. Ciao, ciao.